Angefangen hat es vor 17 Jahren mit einem Weisenhaus. Inzwischen leitet der Rokun Bescheid aus Rombach ihr landliches Hilfsprojekt für 8'000 Leute in Nepal. Nach dem schweren Erdbeben im April ist seine Organisation gefragt er denn je. Auch über 36'000 Menschen konnte er sofort Hilfe leisten. 174 Häuser und vier Schulen will er mit finanzieller Hilfe aus Europa wieder aufbauen. Als Anerkennung für sein jahrelangen Engagement ist der Lehrer im November zum Aargauen des Jahres gewählt worden. Es regnet Silber für unseren Sieger. Wow! Es ist ein paar Tage her, seit er zum Aargauen des Jahres gewählt wurde. Was hat es seither für Reaktionen gegeben? Es gab natürlich viel Zuspruch von den Arbeitskollegen, von Studierenden, viele Presetermine, die wir hatten. In Nepal sind Leute aus unseren Projekten in der Nacht noch wach gewesen und haben gewartet, wie der Ausgang der Wahl ist. Also sehr, sehr positive Reaktionen, die die Menschen gebracht haben. Hat es auch schon finanziell noch mehr Unterstützung zugesichert gegeben? Mhm. Also neben dem Haus vom Award, wo wir ja den Preis gespendet haben für das 110. Haus von den 174, die wir schaffen wollen, haben wir noch zwei weitere Häuser finanzieren können. Also es sind jetzt 112 von 174 Häusern finanziert. Die zu Nepal sind wachgeblieben. Was haben Sie von dort unten mitbekommen? Oder wie gross ist dort unten die Freude über diesen Preis? Ja, die waren natürlich riesig und es kamen jede Menge Glückwünsche rein. Ich denke, es war ein grosses, symbolisches Zeichen, nachdem Nepal jetzt in der schwierigen Situation ja schon seit sieben Monaten ist. Die Umstände verbessern sich ja nicht, die verschärfen sich eher. Da war es, glaube ich, wahnsinnig wichtig für sie, dass Nepal mal im Vordergrund steht. Und da war der Preis natürlich für sie auch mit einer gewissen Symbolik verhaftet. Wie machen Sie das alles mit dem ganzen Nepal-Projekt, Familienvater noch arbeiten nebenbei? Wie bringen Sie das alles unter einen Hut? Oder wie teilen Sie das auf? Ja, es ist schwierig. Es ist ziemlich viel. Also man kann sagen, seit April sind das 17, 18 Stundentage. Nach den Erdbeben waren es sogar mehr. Und das ist natürlich nur möglich durch einen guten Arbeitgeber. Es ist aber schon so, dass ich trotzdem meinen kompletten Job ausübe. Aber jede Pause und jede Lücke wird genutzt. Und dann natürlich abends noch. Wie würde Sie das 2015 beschreiben? Das Erdbeben, den Ausnahmezustand, jetzt der Preis? Was war das für sieben Jahre? Ich hatte, glaube ich, so im August, September das erste Mal so ein bisschen Zeit, wo ein paar Lücken zum Durchatmen kamen, um darüber nachzudenken, wie ich 2015 bewerte. Es ist nicht so, dass ich sagen würde, es ist ein negatives Jahr. Nur wegen dem Erdbeben. Was man sicherlich sagen kann, 2015 ist ein hammerintensives Jahr. Ich hätte nie gedacht, dass nach einer Naturkatastrophe ein siebenmonatiger Zustand von Ungewissheit sich dann fortsetzen kann. Von dem her eine Riesenintensität. Zum anderen aber auch, wie bei allem im Leben eigentlich, auch positive Aspekte. Menschen, die über sich hinaus wachsen, die noch mehr zusammenhalten, als sie es vorher gemacht haben. Ein super Teamspirit, den ich festgestellt habe. Also es hat wie immer im Leben zwei Seiten auf der Medaille. Es ist ja jetzt, es hat immer noch Nachbeben dort unten, der Monsun war. Jetzt ist der Wintereinbruch und gleich in drei Tagen fliegt ihr wieder dort runter? Ja genau, es ist wichtig. Wir sind in einer ganz wichtigen Durchbruchsphase. Die Umstandsfaktoren in Nepal sind weiterhin wahnsinnig schwierig. Nachdem der Monsun rum war und wir weiteren 5.000 Menschen nach der Soforthilfe für die 36.000 geholfen haben, das Team seit Monaten ein riesen komplexes Projekt managt mit diesem Wiederaufbauprojekt. Aber ohne Bauminister, der jetzt natürlich die Baupläne absegnet, kann man dann praktisch nicht loslegen. Dann laufen massig Vorarbeiten und wir stehen in den Startlöchern. Und das natürlich dann alles zu koordinieren, zu begleiten, das Team zu unterstützen, das braucht natürlich dann auch Anwesenheit vor Ort, sodass sie jetzt runterfliegen und dann im Februar nochmal. Sie sind immer wieder dort unten. Was wünschen Sie sich für das 2016, das jetzt kommt? Ich glaube, der grösste Wunsch ist, dass die Menschen endlich mal Ruhe finden. Also ich glaube, Unsicherheit permanent zu erleben, ist ein wahnsinniger Stressfaktor. Und das ist so mal die grösste Hoffnung und dass wir es auch schaffen, trotz der Herausforderungen und der Intensität, die im Wiederaufbauprojekt liegt, in der Soforthilfe lag, wo die Leute ja noch Zusatzarbeiten tragen, dass es uns gelingt, die bestehenden Projekte, die wir vorher schon hatten, für die 8.000 Menschen ohne Schäden durch diese intensive Phase zu bringen. So fester in Nepal, haben Sie das auch schon gehabt? Silvester in Nepal habe ich schon ein paar Mal erlebt, ja. Oft haben wir da dann Feuer gemacht mit den Waisenkindern, sind dann ums Feuer gesessen. Jemand hat Musik gemacht. Ich bin mal gespannt, was das Team dieses Jahr vorhat. Aber ich freue mich auf jeden Fall darauf. Es ist, glaube ich, drei, vier Jahre her, dass ich das letzte Mal Silvester dort war. Dann wünsche ich ganz eine gute Zeit. Merci vielmals. Merci Ihnen fürs Zuschauen und noch einen schönen Heiligen Abend wünsche ich. Adieu miteinander.